nach dem erfolgreichen rasen mindern hallöchen und willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal schön dass du da bist spuren wir nämlich jetzt dann zum nächsten tag vor so dann haben wir auf jeden fall schon mal den pettinger den holen wir uns später aber warte mal die kühe fressen doch weißte was ganz einfach dann stopfen wir deine kühe einfach kratzgras da rein fertig mal gucken ob das was bringt testen wir mal Pass mal auf, die das fressen. Oh, no. Fressen. Perfekt. Voila. Perfekt. Die fressen das Zeug auch. Die Angst. Dann stopf Matthias mal gerade voll. Was man mal angewöhnen, immer mit dem kleinen Schnüppel hier. Gabel, da kann ich auch nichts aufladen. So, jetzt. So, runter da. Ah, noch ein bisschen. Komm schon, du bist der Pharma-Profi, Baby. Nassfutter. Ah, da müssen wir halt einzelfahren. Ah, da müssen wir halt einzelfahren. Ah, da müssen wir halt gleich. Ah, da müssen wir halt. Es ist eine Schwabe-Tzone. Nein. Ah, da müssen wir kurz vor. Ah, da müssen wir uns nicht zu weinen. Doch, da müssen wir das. Ah, da müssen wir das. Das habe ich jetzt nicht gewusst, dass die das sogar fressen, ey. Und dann wieder was dazugelernt. Ah, ich hätte ja Geld gespart, wunderbar. Und dann wieder was dazugelernt. Brauchen wir noch einen. Zwei brauchen sie noch. Und dann wieder was dazugelernt. So, perfekt. Puh. Puh. Dann fahren wir gleich noch zum Händler und holen uns den Ladewagen ab. Aber ich befürchte, dass der, dass der, die zwei Gerätschaften, ah, die können wir wegbringen. Das wird nichts bringen. Das wird uns noch ein böses Erwachen geben. Aber zumindest können wir jetzt bei dem großen Feld 26 endlich mal viel, viel produzieren, ey. So. So. Das sollte reichen. Hauen wir uns ein neues Spielzeug erst mal ab. Wie gesagt, Hühner, habe ich euch noch was? Ja, Hühner, da wollen wir nicht lang rummachen. Ich brauche auch noch ein bisschen. So. 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 Das war's für heute. Oh. 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 das gefällt mir. So, sehen wir uns dann zur nächsten Folge und ja, habt einen schönen Tag, lasst euch nicht ärgern, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.